Hallo Leute, wie geht's und wie steht's? Es geht weiter mit Avalon Code. Ja, was habe ich in dieser Zeit gemacht? In dieser eine Woche, die ich frei hatte. Ja, ich zeige euch das erstmal. Ja, also, was ich gesagt habe mit diesem Ameisenfieler, habe ich jetzt auch gemacht. Das werde ich gleich zur Frau da zeigen. Und ich war nochmal in der Wüste. Also in dieser Wüste da, wo... Ja... Vor der Stadt, diese Wüste. Und da habe ich interessante Dinge gefunden. Also, zuerst mal... Nicht das hier. Ah, das hier. Die Armbrust habe ich gefunden. Die lag da so auf dem See da. Und ich habe auch eine Blume gefunden in der Wüste. Und was habe ich da noch gefunden? Ein Schwert habe ich gefunden. Ein komisches Schwert, was ich euch jetzt zeigen werde. Schwert, wo ist das denn? Nicht dieses. Auch nicht dieses. Ah, Schlangenstoßdegen. Habe ich auch da hinten gefunden. Und ich habe auch ein komisches Bastardmonster gefunden. Nichts hier, Monster. Äh, doch. Ein paar von diesen... Äh, egal. Bestien. Wo war das jetzt? Wo war jetzt diese Missgestalt, die ich gefunden habe? Oh, jetzt muss ich wieder suchen. Wartet erst mal. Okay, ich habe es gefunden. Hier ist der unbesiegbare Echsenfürst. Den kann man da hinten finden. Den habe ich dort sofort eingescannt. Und den werde ich auch noch später besiegen. Aber jetzt momentan nicht. Und die Karte. Also, alles findet ihr in der Wüste. Sag ich euch jetzt schon. Also, ich brauche euch echt nichts extra zu zeigen. Ihr müsst das einfach nur suchen. Dann findet ihr das alles. Keine große Sache. Seid gegrüßt. Ich zeige dir jetzt etwas. Was ganz groß ist. Was alle Männer haben. Ein Arm. Ja. Und Zubehör. Kopf. Ameisenfühler zeigen. Sind das die Ameisenfühlern? Herzlichen Dank. Ja, was ist los? Aber sie sind ziemlich gewöhnlich. Ich weiß. Ich gebe sie meinem Bruder als Geschenk. Ha. Danke vielmals auf auf. Und auf Wiedersehen. Ja, das ist alles. Wir haben alles Umsatz gemacht, um ein Wiedersehen zu hören. Juhu. Und ich rede jetzt mal mit dem Bruder hier. Was hat er denn zu sagen? Kaufen. 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 Ah. Band will ich haben. Da kann ich diese Meisterscherbe und so alles machen. Überlegenes Biesen. Also eine Verbesserung von Bisa Usufuna oder wie das heißt. Ritterschild könnte ich mir jetzt holen. Aber ich habe gerade 1000. Band 1500. Hm. Warte, 1500? Ja, das hole ich mir dann auf Screen. Das zeige ich euch dann später, wenn ich das habe. Okay, was können wir jetzt noch machen? Ach ja, ich habe noch die Tür geöffnet. Mit dem großen Schlüssel, den ich ja bekommen habe. Also diese Lichttür habe ich geöffnet. Und in der Wüste diese Wald, Feuer, Blitz, Eistür habe ich geöffnet. Ich war noch nicht drin. Ich gucke mal jetzt mal nach für euch. Und was gibt es da? Kämpfe mit, aber nehmen die Waffen. Schleuge alle Gegner. Okay. Warte, Trainingsplatz? Ist das die Erweiterung? Okay. Ach, verdammt. Ich muss wechseln, 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 wechseln mit den Waffen. Ach ja, ich habe Geschoss auf... Ah, das zeige ich euch hier. Aufzählen gemacht. Juhu. Jetzt geht einfach mal weiter. Waffen, Schwert, Ausrüsten. So. Und Waffen. Warte, habe ich das Schritt schon gezeigt? Verdammt. Äh, scheiße, scheiße. Super, ich brauche das jetzt schnell. Kopf. Ich habe jetzt ja sowieso gezeigt, deswegen kann ich das jetzt rausnehmen und... Verdammt, verdammt. Zeit, 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 äh... Waffen. Schild. Und rein mit das hier. Und wir haben die... Komplexschildbächter. Das habe ich auch gemacht. Für extra für euch alles. Und jetzt geht's los. Verdammt! Äh, rechte Seite. Und linke Seite ist ein Schwert, verdammt nochmal. Und ist gerade das Monster runtergefallen? Wenn ja, schreibt zu den Comments. Ähm, ja, ja. Okay, so. Ähm, war das jetzt nützlich oder nicht? Ähm, du meinst, tut weh. Du meinst, tut dreimal weh. Hallo? Hallo? Gibt's auch noch Monster hier zu töten? Was? Ich hab ja schon alles erledigt, was wollt ihr noch? Hä? Warte, ich will mal auf die Karte machen. Vielleicht steht da irgendwas Wichtiges. Warte, was ist da? Warte, muss ich das Seil wieder berühren? Oder ist das Seil wieder da gekommen? Nein, ich hab das schon gemacht. Was willst du? Was willst du von mir? Ich hab das schon. Hä? Was will, was will das Ding mir zeigen? Okay. So, was soll ich hier machen? Hä? Wollt ihr mich hier verarschen? Egal, ich warte einfach. Ich hab die sowieso schon geschafft, aber ich krieg nichts hier dafür. Verdammt. Hm, okay. Zwölf, elf, zehn. Ja. Ja, unser Held beobachtet alles. Und was ist das für ein Auge hier? Vielleicht ist es auch Licht. Ich weiß nicht. Und wir haben noch sieben Tage. Wir sollten in dieser Zeit Liebe knöpfen. Also Menschen Verbindung bringen. Okay, aber was soll ich jetzt machen? Hä? Was zum Teufel soll ich hier machen? Hä? Okay, das war's nicht. Hm, okay. Okay, ich töte mich erstmal. Und guck mir das jetzt mal genauer an, was da steht. P-T-E-Gale-Schalter. Ähm, ja. Warte mal. Warte mal. Wenn das so ist, dann hab ich da eine Idee, wie ich diesen Scheißknopf drücken kann. Das will ich mal ausprobieren. Du Fettkopfstöp. So, weg. Okay, jetzt mach ich mal Waffen. Hammer. Vielleicht hilft er ja für mich. Hoffe mal. Ich wusste es. Verdammte Scheiße nochmal. Ich wusste es. Fick dich. Fick dich ins Knie. Ja, ich hab's geschafft. Juhu. Ich geh mal mit dem Hammer weiter. Entzünde alle Fackeln. Verdammt. Ähm, ja. Ähm, war das ein Schlüssel? Achso, das wäre eine Metallisierungs-Tafel. Ähm, Waffen, 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 Waffen. Schwert. Schwert sehr gut. Sehr, sehr gute Waffe. Äh, nix dieses hier. Ja, dieses. Okay, das haben wir jetzt auch. Warte, mich hier verarschen oder was? Mit Schnapsen oder was? Da steht nichts, okay. Ähm. Ja. Okay. Hab ich jetzt diese Stage geschafft oder was los? Hä? Ich verstehe dieses Spiel nicht. Bin ich irgendwie zu dumm dafür, dieses Spiel, oder was los? Warte, hab ich das jetzt alles nur gemacht und dieses... Och, fick dich, Spiel. Ich dachte, hier kommt irgendwas Interessantes, aber nein. Vielleicht sagt er irgendwas, wenn ich das gemacht habe. Reden. Willst du mir diesen Fertigkeiten an den... Ach, fick dich, okay. Okay, das haben wir jetzt auch geschafft. Und wenn einer weiß, was hier, wenn ich irgendwas hier vergessen habe, schreibst du in die Comments. Ich versuche jetzt mal... Nein, ich versuche mal Georg, aber davor untersuche ich mal die Blume, die ich bekommen habe, ja in der Wüste. Genau gesagt, diese Blume hier. Genau gesagt, diese Blume hier. Oh, hier. Hier. Käferblume, sie bedeutet... Kameradschaft. Oder Käfer drauf. Ja. Hab ich noch eine? Nein, hab ich nicht. Okay. Und lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Dankeschön. Warte, ich besuche mal unsere Freundin. Play hat sie ja irgendwas zu sagen. Alte Oma, willst du was sagen zu uns? Reden. Ja, okay. Ist ein Aufruhr, okay. Und wie geht's, Mädchen? Du bist ja wieder gesund, wegen mir. Danke, dass du mich heute besucht hast, Roxas. Wollen wir reden? Weißt du noch, Roxas? Früher, bevor ich krank wurde, haben wir immer draußen gespielt. Ja, mit meinen Flügeln. Weißt du noch, wie gern wir immer Sonnenhügel gegangen sind? Wir haben jede Gelegenheit genutzt, auf diesem Hügel zu spielen. Ich erinnere mich. Du erinnerst dich also wirklich? Ich wünschte nur, es könnte wieder alles so sein wie früher. Okay, hust, hust. Entschuldigung, ich sollte mich jetzt besser ausruhen. Warum hasst die Welt mich nur so sehr? Es wäre schön, wenn du mich mal wieder besuchen würdest, Roxas. Und? Reden. Äh, ja, okay. Ihr sagt irgendwas Perverses zu uns bestimmt. Vielleicht. Ich will nicht mehr sehen. Doch, es soll es sein. Ich will dich. Okay, ich besuche jetzt sie nochmal. Reden. Warte mal, was mag sie denn? Was mag sie denn? Hier steht es ja immer, was sie mögen und was nicht. Vorlieben, Haarschmuck, Fliege, Brot. Bam, bam, ist Puppen. Ähm, Sternbänder, Fleisch. Okay, ich habe Haarschmuck, Brot. Okay, ich zeige ihr etwas mal. Ich zeige ihr etwas. Vielleicht wird sie dann irgendwie notgeil oder irgendwas anderes. Keine Ahnung. Ähm, Brot. Hier, bisschen Brot für dich. Okay, die hat sie bedankt. Danke, danke, danke. Was jetzt? Okay, du wirst mich beeindrucken. Super. Gute Einstellung. Immer so weiterkennen für mich. Ich habe es verdient. Yeah. Okay, wo gehe ich jetzt mal hin? Ich besuche jetzt mal das Selfie. Und Georg? Georg? Was gibt es denn hier zu tun? Was gibt es denn hier zu tun? Okay, wo ist denn Georg? Er hatte ihn ein Wissensturnier. Wo ist das, Spasti? Was habe ich die eigentlich schon? Ah, die hatte ich noch nicht. Hm, okay. Jubei, level up. Level up für das Buch. Juhu. Okay, das haben wir jetzt auch geklärt. Wir haben sie jetzt untersucht. Reden sie auch mit uns? Reden. Ich wette, wenn du ein Tunnel würdest, vielleicht in der ersten Runde. Fick dich ins Knie. Ich bin nicht so schlecht wie dein Papa. Blitzmeldung. Was? Neue 109 Objekte für Sammler. Ähm, ja. Schön für euch. Ist sehr, sehr schön für dieses Spiel. Aber mich interessiert es nicht. Vielleicht meinen Zuschauern, wenn ihr mehr von diesen 109 Spielen sehen wollt, meldet euch in meinen Kommentaren. Das ist sehr, sehr nett. Und, es geht einfach mal weiter. Okay. Hm. Ach, ich weiß jetzt nicht, was ich jetzt momentan machen soll. Ich habe euch alles erzählt, was man kriegen kann in der Wüste. Lichttor haben wir auch geschafft. Ganz schnell. Reden wir mit ihm hier. Okay, hast du lösst ein Ereignis? Hey Roxas, ich habe etwas Besonderes für dich. Ja? Willst du wissen, was es ist? Schau dir das mal an. Ziemlich cool, oder? Was denn? Ich habe es über meine super Beziehung bekommen. Der Erfinder Haruchi hat es gemacht. Ich dachte, ich gebe es dir als Geschenk. Ich bin mir sicher, dass du es dringend brauchst. Huuuuh. Aber ich muss auch von etwas leben. Das Leben ist nicht umsonst, weißt du? Gieriger Bastard. Ich weiß, wenn du fürftaus und mystische Gewinn sammelst, gehört es dir. Ich tausche euch gegen... Nein. Ah, toll abgemacht. Viel Glück dabei. Ich hasse dich. Du gieriger Bastard. Ich hasse dich. Spring dich um. Wie geht's dir? Reden. Äh, ja. Du depressives Kind. Äh, äh... Regen. Okay, das Turnier... Die reden ganz über das Turnier, okay? Da mache ich das gleich mal, das Turnier. Für euch. Aber davor gehe ich noch in die Wüste, um das zu machen. Okay, es kommt ein Ereignis. Was ist jetzt los? Puh, was ist... Was ist das? Ah, es ist die Hexe des Nubels. Ah, unsere schöne Freundin. Wie, sonst laufst du... Sonst laufst doch alle bei meinem Anblick vor Schreck weg. Nicht bei mir. Du überraschst mich. Verdammt, die Zeit geht gleich ab. Äh, ja. Ich mache jetzt Schluss. Und wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss.